Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 21. Februar 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Trailer Slab Trading Raum. Wir bereiten uns aktuell auf unseren ersten Trade vor und das wird ein Big Number Trade werden bei 15.200. Geringes Risiko und die Order ist platziert. 15.207 gehen wir long oder 15.192 gehen wir short. 8.34 Uhr. Wir bleiben auf diesem Chart und schauen uns in der Vergangenheit die Blue Boxen an. Und hier auch noch mal zu Spielregeln des heutigen Tages auf den Minutenchart nehmen wir blaue Boxen, die kleiner sind als 30. Und wenn sie kleiner sind als 20, werde ich noch mal etwas höheres Risiko eingehen. So, wir sind jetzt direkt schon im ersten Trade Short im DAX. Dann haben wir links die Wohler Boxen und da schauen wir einmal drauf, weil die kommen ja ab 9 Uhr. Wo kommt die Wohler Box rein? 15.100.03. 100 Punkte tiefer, 100 Punkte fast tiefer als wir aktuell hier sind. Das wäre dann auf jeden Fall ein Hedge-Auflösungs-Trade. Also, wir sind short im ersten Trade und wie immer morgens einmal kurz den Wetterbericht und wir fangen an mit Ethereum. Daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 long und 5 Minuten auch long. Ja, aber hier, denke ich mal, ist auch erstmal wieder die Richtung klar, Richtung Süden. Bitcoin, 39.000, daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Also hier auch klar, Retendenz Richtung Süden, also immer noch hier im Krypto-Bereich sind wir short. Dow Jones, daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also in den kurzen Zeitebenen zumindest temporäre Erholung. Oh. Die Feuerwehr hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kann man das sehen dort. Wahrscheinlich werden wir gleich rausgerufen, bitte die Fahrzeuge wegbringen. Also S&P. Auf Daily Basis sind wir short. Vier Stunden auch short, Stunde short, 30 long, 15 long und 5 auch. Nasdaq, daily short, daily short, 4 Stunden short, 30 short, 15 long und 5 Minuten auch long. Also S&P. Also Dallas, also Dallas, sind wir angelangt, daily long, vier Stunden short, daily long. Vier Stunden short, Stunde short, 30 long, 15 short und 5 auch short. Und der letzte Markt ist dax. Daily short, daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 long und 5 Minuten auch long. Und wir haben ein großes Gap hier, das offen ist. So, 8 Uhr 38, wir bereiten uns also hier vor. Wir sind im ersten Trade short, Abtritt Nummer 2. 15, 2, 07 gehen wir dann auf das angepasste Ziel. Und das ist einmal hier oben 50. Wenn wir aufschaukeln, ist einmal hier heute Daily Pivot und Big Number sehr dicht bei. Und wir haben die 50er Marke auch hier, wo es hinkommt. Aber es sieht danach aus, dass wir eventuell gleich schon rausgehen. MTX, Master Template X, sehen wir bis zum Daily Pivot 47 Punkte, wenn es zu einem Signal kommt. Wir haben die rote Sonne, rote Heikin Ashi Kerze kommt hier rein. Und das heißt, wir sind jetzt auch in dem Moment draußen. Das war der Eröffnungstrade für den 21. Februar 2022. Big Number treten wir dreimal ab 8.30 Uhr. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal rein in die Big Number. Ich wünsche allen YouTubern, das war ein kurzer Auftritt, 8.39 Uhr. Einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Und wir hören uns morgen. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.